Was? Ey, du bist zu wein. Ey, das kannst du nicht mit Micha machen. Das hält doch nicht aus. Jutach! Wünsch mal ein gesundes, neues Jahrspruch für nächstes Jahr. Was sind denn deine guten Vorsätze für das nächste Jahr? Geht in den Geld und Alkohol, wie andere Wünsche haben. Hä? Weiter wie immer. Na dann, lass kacken. Ja, wir hoffen. Oh, mein Handy hat getotelt. Filmst du noch? Ja. Weil beim Stoppen muss ich aufs Pausen. Äh, das läuft. Ete! Oh, wie schön. Ey, ich glaube jetzt nicht, was du gemacht hast. Du hast gespült. Das ist richtig gut. Ich bin dran. Möchtest du die Hände waschen? Ja, gerne. Möchtest du mal ecken? Dann mache ich auch Security. Du? Dann habe du die Hände wascht. Ach, du bist Security für die Hände. Ah, ganz gut. Jetzt habe ich den Checkpoint. Ich bin dran. Mann, du bist.